hallo und herzlich willkommen zu einer neuen verschneichten und verschlafene folge nein spaß also wird gut allerdings schweife ich wahrscheinlich wieder ab weil das problem ist nämlich tatsächlich ich durfte eben schon wieder geld ausgeben durfte heute morgen schon wieder neue kopfhörer also schon wieder kopfhörer ansetzen die acht jahre alt oder so sind mein hund wenn ich nämlich ich war hundemüde ich war wirklich 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 müde und habe gestern ein so am nachmittag zwei stunden gepennt damit ich einigermaßen wieder klar komme ja irgendwie habe ich nicht mitgekriegt dass der hund diese kopfhörer hier war da gehört eigentlich eine koffe köpfchen dran so ja jetzt irgendwie in zwei gebissen sieht man richtig dir noch die kopf spuren da ja ja was soll ich sagen scheiße ne aber die sind wirklich so ungefähr sieben acht jahre alt die kopfhörer da kommt ein einjähriger eineinhalb fast schonjähriger hund und killt die kopfhörer einfach so knabbert das perfekt ab weil es sieht fast wie geschnitten aus abgesehen davon dass sie dann noch weiter daran rum geknabbert hat aber als ich dann wach war war sie weg und die kopfhörer kaputt gut na also deswegen kann man sie auch nicht sagen hey hund das geht so nicht weil das problem ist sie weiß dann kann er nicht mehr das verbinden dass das wie die jetzt aussehen sie war und nicht richtig war behauptet man sie kann man nicht mehr sagen hier hey was soll der scheiß und bestrafen ist ja auch da nicht mehr also man muss sich schon an früh auf frischer tat naheliegend damit die wissen hey das war jetzt tatsächlich falsch das durfte ich gar nicht aber das kann auch lange weile gewesen sein weil ich habe gepennt und ja doof okay aber jetzt zum spiel aber ich habe mir trotzdem noch mal so welche in orange jetzt geholt nachfolgermodelle und ich habe diese bluetooth tabellose irgendwas habe ich auch mal zum ausprobieren bestellt hatte ich schon mal welche da war ich total negativ drauf die waren absoluter kröp guten morgen und deswegen ich klicke so mache ich das nur müll außer einmal linke bill külmungsform event geht noch zwölf stunden jetzt werden alle noch mal gas geben ja aber natürlich jetzt gehen wir alle noch mal gas hier aber sicher doch platz sechs gucken wir mal was ist denn hier zurzeit mehr aus kämpfen wir nehmen das mal mehr aus kämpfen ich raste jetzt so durch ja also es ist jetzt oh gott ist das viel was ich da von den zeug von dem von den den sachen was bekomme da ist es das finde ich wiederum sehr nice oder krieg ein pilz und ich gebe ein aus sagen habe ich was dazu gewonnen zwei stück nein pilzen müssen im plus bleiben sondern habe ich hier noch mal kommt zehn millionen fünf millionen ok geil 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 eigentlich lohnt es sich den jetzt nicht mehr herzustellen den edelstein weil in einem tag 39 minuten habe ich schon wieder die nächsten minuten dann gibt es ja noch bessere ja ich hätte vielleicht eben noch nach egal und sei denn jetzt ich habe sowieso schon so viel an stein und holz krieg sowieso nie wieder ausgegeben wahrscheinlich so sagte sie und morgen ist sie pleite mhm die habe ich eben nur mal kurz durchgejagt weil ich habe hier eben voll ich greife jedes mal die sturmhex an es ist nicht spannend ich bin gespannt wann wir irgendwann ich bin mir schon fast sicher es wird aber noch bestimmt ewig dauern aber irgendwann wird es dann hier wieder auch einen raum geben den man bis auf die grube ausbauen kann ach mann der hund hat mich heute rausgeworfen aus dem bett fünf uhr morgens die wird blöd ich glaube dass die bald läufig wird die das kaputt machen die unruhe und zu ganz komischen zeiten mich wirken müssen aber nicht raus müssen oder so na also so ist es nicht ist schon anstrengend so so ah ja hier habe ich übrigens jetzt die erste reihe komplett mit 200 voll cool ne so mein ziel ist es einfach irgendwann alle auf 200 natürlich zu haben ist ja klar oder da ist es für mich gerade voll jacke die hose wer was bekommt so gesamtstufe bei erde sind 1191 das niedrigste von mir ist licht ja es kommt natürlich darauf an wie man geskillt hat und nicht einfach wie viel man insgesamt hat erde 2453 ja magie zauberei und dinge ja so habe ich eine nagel gehängt wahrer 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 da kann ich aber zurzeit nichts machen Ah, Moment. Ich kann hier die Mutter einpacken. Gut, dann haben wir das. Dann gucken wir hier. Guten Morgen. Dann gucken wir hier. Acht schon. Ja. Ja. So, einmal hier. Aber ich werfe was. Ich werfe was da rein. Ich werfe etwas da rein. Das geht. Den Dungeon-Kampf. Ich habe den Dungeon-Kampf gerade eben gemacht. Ich habe das schon nicht mehr auf dem Schirm. Das ist doch geil. So, wir machen jetzt einmal Büffeln. Dann alle Missionen. Dann wie immer werden wir unseren Charakter skillen. Ja, klar. Das wäre es fast gewesen. Ach, das ist doch Kackermist, Mann. Ja, natürlich. Tut dir das leid. Wenn ich sowas glauben würde. Ja, ist schon ein Pech. Die Würfel sind gezinkt. Wenn ich könnte, würde ich die überprüfen. Ganz ehrlich. Ja, und schon, ne? Genug beschwert und schon geht's. Mhm. Ist doch in jedem Spiel gleich. Wenn du ein Item suchst, findest du es nicht. Brauchst du es nicht mehr, findest du es nur noch. Es ist doch so typisch. Ja, Glückwunsch. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Ja, komm. Nichts sagen. Einfach hinnehmen. Wuhu. Aber ein paar Gewinne gekriegt. Kannst du mir helfen? Komm doch von wo bei. Erstmal ein Frühstücksbierchen. Na, guten Morgen. 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 Gut, dass man keine Videos klippen kann. Ich bin immer auf der Suche nach einer Aufgabe. Guten Morgen. Worüber willst du denn reden? Warte. Du siehst irgendwie so... Gar nicht, Abenteuer, Lucius. Nimm doch erst mal ein Bierchen. Ich bin immer auf der Suche nach einer Aufgabe. Ich bin immer auf der Suche nach einer Aufgabe. Hola. Komm, wo ist das? Es ist euch eine Ehre für mich, arbeiten zu... Ja, ja, bla, 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 bla. Guten Morgen. Schon wieder Schuhe? Cool. Äh. Ja, langsam platzt hier das alles ein bisschen aus den Nähten vielleicht. Vielleicht ein bisschen. So. Dann wollen wir das mal weiter erhöhen. Wir sind ja noch nicht auf unseren 20 Millionen. Das tut niemandem weh. Tut niemandem weh. Ja, das letzte Mal waren wir bei 830. Jetzt sind wir bei 842. Ich würde sagen, wir kommen voran. Und es war tatsächlich wie die letzten Male. Ich kämpfe während der Aufnahme. Verliere bzw. schaffe ihn nicht, den Gegner. Aufnahme fertig. Rendern fertig. Hochladen fertig. Gucke. Oh, ich kann wieder im Dungeon kämpfen. Kämpfe. Stufe gewonnen. Es ist jedes Mal dasselbe. Also ich muss erst das beenden, die Aufnahme. Ich muss erst rendern. Ich muss erst hochladen. Und dann, ja. Es ist, es ist toll. Nicht. Aber egal. Also, ja. Gut. Wir haben jetzt hier soweit fertig. Ähm. Ja. Ich würde sagen, jetzt wird nur noch hier drauf geachtet. Damit wir noch ein bisschen an Rohstoffe und sowas alles hier abholen. Snacken können. Und ansonsten. So. Wir werden auf jeden Fall hier noch Spaß haben. Den fünften Platz werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Den vierten, dritten und den ersten Platz sowieso nicht. Aber wir werden, glaube ich, eher nicht mehr auf die sieben wieder runterrutschen. Das, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Belohnung. Das alles ist gut. Das ist, ja. Ja. Ja, das ist sehr traurig. Und das ist gut. Das ist egal. Das ist gut. Da. Ja. Gut. Aber, nichtsdestotrotz, wir werden jetzt erst mal aufhören. Ähm. Ich freue mich hier schon auf die Belohnung. Die verbleibende Zeit sind noch elfeinhalb Stunden. Also, ja, fast sogar zwölf noch. Ja. Da habe ich aber noch Zeit, noch ein paar Punkte zu machen. Okay. Also, wir sehen uns dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.